So, hi und hallo mal wieder. Wie ihr seht, was ganz Neues wieder bei Rewe entdeckt. Die ganz neue Aktion, die gerade bei Rewe ist. Und zwar erst rubbeln, dann reisen. Und was ist das? Also man kriegt bei einem Einkaufswert von 10 Euro ein Rubbel los. Dann kann man die Lose aufrubbeln. Ich zeige euch mal ein Lose. Oben habt ihr Einkaufsgeld, unten habt ihr natürlich die Reise. Und wie funktioniert das mit der Reise? Man meldet sich bei Rewe an. Also im Internet unter rewe.de meldet man sich ein. Und da gibt man seinen Code ein, den man hat. Und dann ist es natürlich an Sonntag. Den 15.01. um 19 Uhr. Die erste Verlosung dann jeweils immer an Sonntag, an 22.01. und an 29.01. Um 19 Uhr. Die nächsten drei sind an 5.02. 12.02. und 20.02. Jeweils um 19 Uhr. Da findet ihr dann raus, ob ihr eine Reise gewonnen habt. Es gibt ja mehrere Reisen zu gewinnen. In Thailand, New York, Karibik, Dubai. Also es sind schon ein paar schöne Reisen dabei. Muss man ja echt sagen. Ich habe hier vier Rubbellose. Wie ihr seht. Also mein Wocheneinkauf ist erledigt. Und jetzt rubbel ich erstmal auf, ob ich beim nächsten Einkauf was sparen kann. Erste Feld, wie ihr seht. Genauer hingucken. 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 15.000, 20.000, 10.000, 16.000. Kein Einkaufsgeld gewonnen. Ups. Das macht aber ganz schön viel Dreck, wie ihr es schon seht. Mal alles zusammenkratzen. Einmal nichts. Zweite Mal nichts. Na, ich hoffe mal, dass ich etwas wieder kriege. Ihr könnt mir natürlich kommentieren, ob ihr schon Geld gewonnen habt, wenn ihr es schon hinter euch habt. Oder, oder, oder wie viel. Würde mich echt interessieren, ob es da draußen wirklich Gewinner gibt. Oder ob das ein sogenannter Fake ist. Aber, das lässt sich ja hier schnell rausfinden. Auch nichts gewonnen. Vierte Los. Einkaufsgeld freirubbeln. Und. Auch nichts gewonnen. Ein Einkaufsgeld. Das bedeutet, ich muss meinen Einkauf wieder selber bezahlen. Und jetzt rubbel ich die Reisen auf. Ich werde die Zahlen natürlich jetzt nicht ganz zeigen. Weil ich muss sie ja noch im Internet bei Rewe eingeben. Und hoffen, ob ich da drauf gewonnen habe. Also. Ich werde jetzt viermal freirubbeln. Die Reisen. Im Internet eingeben. Vielleicht werde ich euch irgendwann Bescheid sagen. Oder kommentieren, was ich gewonnen habe. Wenn ich was gewonnen habe. Also, das ist die neue Rewe-Aktion. Erst rubbeln. Dann reisen. Oder die obersten. Ein bisschen Einkaufsgeld zurück. Ich hoffe, ich konnte euch das nahe bringen. Was dahinter steckt. Was es ist. Und wie es funktioniert. Und sage deshalb, wie immer. Bis demnächst. Guckt hin. Und schaut zu. Und vergesst mir nicht zu posten. Habt ihr schon was gewonnen habt.